Mit den akustisch evozierten Potenzialen messen wir die Verarbeitung des Hörimpulses im Gehirn. Hier über einen Kopfhörer wird ein Klicken im Ohr mehrfach gegeben und dann mit einem Gerät die Verschaltung im Kleinhirn, im Hirnstamm und im Gehirn gemessen. Wir können dann Rückschlüsse auf gewisse Krankheiten ziehen, die die Hörbahn im Gehirn mit involvieren.